Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Harder Games und ja heute spiele ich mehr das Kick Ladiator denn ich äh, was, der Schweine für seinen Hacks? Gar nicht hacke Jungs, der hackt! Okay, wie gesagt ich hacke, also auf jeden Fall jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen werde, jedenfalls bin ich das Kick Ladiator und versuche hier gleich mal schnell meine Pilze zu bekommen und ja, hauptsache 20 Suppen am Anfang das wäre sehr gut dann könnte ich gleich mal bei Leuten am Anfang töten und der klappt mir einfach meine Pilze, liebe Redstone Mafia hier vor mir, aber hier sind gleich Kukubins, nehme ich mir mit, so, hier sind auch noch mehr Kukubins, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen und ich habe auch gerade eben gesehen, dass da hinten noch irgendwie ein Sumpf ist, da werde ich gleich mal reinlaufen, ich glaube in den Sumpf werde ich schneller Pilze bekommen als wie hier in dem Dschungel und ja, ja, da sehe ich schon viel mehr Pilze und da sind auch noch Kukubins, vielleicht nehme ich mir die erstmal mit, weil dann habe ich gleich drei Stück, kann ich mir gleich von gleich drei Suppen machen, aber egal, auf jeden Fall, ob wir noch die Pilze mitnehmen und ja, wie gesagt, das Text-Spec hier, was ich hier benutze, gibt es ab 4000 Abonnenten, es haben schon ein paar andere Typen, aber die dürfen das auch nicht verließen, es sei denn sie machen es, dann hasse ich sie für immer und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, ich habe nicht jetzt schon genug, vielleicht nochmal so einen roten Pilz oder so, so und dann hole ich mir schnell sechs Holz und baue mich nach unten, mache mir ein Steinschwert, nicht so in der letzten Runde, da habe ich gleich mal gefällt und ich bin einfach ganz schnell so an einem Viking gestorben, ich weiß nicht, ob das euch auch schon mal in den letzten Tagen passiert, dass ihr einfach an einem Viking gestorben seid, denn irgendwie ist gerade ein Viking so ein richtig OP-es Kid, denn, keine Ahnung, ich wurde einfach one-shotted und keine Ahnung, du kannst dir nicht anzupen, das ist richtig krass, aber egal, wenn wir jetzt erstmal nach unten bauen, dann so, bam, 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 nein, nicht dort kraft, das ist nicht so schön, aber das ist gut, so, das, so, 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 und dann das und so und so, nein, so, dann das, so und dann, bam, und dann noch den Stein holen und dann ein Steinschwert machen, bam, so, sag Bescheid, wenn du gegen Teams Hilfe brauchst, ne, ich bin Gladi, ich brauche keine Hilfe, ich habe mir selber Hilfe und ich komme mir da nicht hoch, halt, das stimmt, Minekraft, Movement, egal, auf jeden Fall, da hinten ist gleich der erste Typ, den ich töten werde oder hoffe, dass ich ihn töten kann, aber wie ihr wahrscheinlich schon wisst, alle Typen, ich bin halt so krass geworden, das ist einfach unnormal, fahren sie weiter Pilze oder gehst du zu einem Team, Alter, pff, gehe ich da einfach hoch, ja, er ist da drin, schlagen, 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 ach komm, kann ich dich jetzt eigentlich schon Gladiatoren, ja, kann ich, nice, so, dann kannst du hier nicht weglaufen, ach komm, sich hochstacken bringt es nicht, oder es bringt doch was, ja, ganz toll, juckt mich das, nein, so, tot ist er, oh, gleich ein zweier Team, oh, sehr schön, gleich mal den nächsten hier mitnehmen, so, das ist mal schön sterben, mein Freund, der erste ist tot, den zweiten würde ich mir auch gleich mit, so, lieber Ben, hast du überhaupt ein Schwert, oder bist du Boxer, mein Freund, du hast gar kein Schwert, kann das sein, du bist Boxer, keine Ahnung, du schrägst mich auf jeden Fall mit der Hand, das war, äh, sehr gut, und ja, okay, gleich mal ein zweier Team, getötet, nice, wie gesagt, Gladiatoren, aber ein sehr tolles Kette, ja, das ist mein Gladiator-Dienst, und das steht ja einfach hier unten noch, das ist gut, oh, ich hab auch Brot, mhm, gut, das kann ich jetzt mal wegschweigen, das brauche ich jetzt wirklich nicht, und ja, mein Riebkast-Sachen machen wir mal richtig so auf die Slots, bam, das so, das so, und ja, dann geht ich gleich mal zum nächsten, zu Seeker-Craft, und ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht Gladiator, wäre, glaube ich, an den beiden gestorben, weil es einfach so krass, dass man nicht mal gegen Teams so richtig ankommen kann, es sei, man hat irgendwie die Eisenrüstung, aber egal, hm, dann tracken wir den jetzt, oder es ist schon wieder zwei, aber so gut, ich weiß nicht, sondern hilfes, sorry, ich kann dir grad nicht, oder bestimmte Schlösser oben auf dem Baum, nee, das ist der Backda, wir sind zwei gleich mal, okay, der erste gleich mal Gladiator hat, und der ist gleich mal Ninja, das ist richtig kacke, wenn man den so im Gladiator-Kasten hat, der Ninja, okay, weil der ist dann gleich schon wieder hinter dir, und das ist irgendwie richtig eklig immer, aber ich gebe ein paar gute Crits, okay, den ersten habe ich, den zweiten hoffe ich auch zu töten, so, refill, dann hole ich mir den, oh, der ist Viking, Alter, das ist, oh, das ist das dümmste Kit, das, ich sub ist nach jedem Ding, sorry, wenn ich jetzt nach jedem Ding sub, aber ich habe so Angst, dass ich jetzt wieder one-hitted werde, das ist einfach so unglaublich, dieses Kit, komm schon, kann man, stirb, nein, 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 ich will nicht jetzt sterben, oh, mein Gott, hu, erstmal Riegt-Kraften und hoffen, dass über mir kein Tauer ist, äh, so, bäm, okay, ist nix, gut, besser was essen, bäm, bäm, so, ja, wenn ich erscheint, wird es gleich kaputt, wenn ich mir gleich ein neues nehmen, und die Axt werde ich mir auch mal gleich mitnehmen, falls ich in der Trap finde, äh, so, um mich nicht befreien kann, obwohl ich bin Gladiator, ich glaube, ich kann mir dann auch Gladiator und alle, aber sicher ist sicher, ich gehe jetzt mal zum nächsten, zu Fanboy und zu Redstone Mafia, und die Redstone Mafia tut sich wahrscheinlich, oder keine Ahnung, mal gucken, oh Gott, da, oh mein Gott, was geht damit für eine Party ab, Alter, Leute, okay, 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 Jungs, alles fit bei euch, tschüss, ich sag gerade so, dass wir einfach für die, voll das krasse Team, Peace, bitte tschüss, ich dauer ich jetzt euer Eisen, hehe, soll ich euer Eisen klauen, äh, hab ich nicht genommen, tschüss, war ich nicht, war ich nicht, hm, hm, ne, ich geb dem nix, tschüss, meins, gibt es jetzt Ticks, umsonst nix, ja, ich geb den doch nix, ne, ist mein Eisenschwert, und damit geh ich zu viel, tschüss, haha, aber das einfach Eisen gestiert ist auch toll, wenn man so mit zwei Leuten, die die Eisenform einfach mal schüssen kann, und die sagen doch nix, haha, hätte das eigentlich das eine, nämlich jetzt versucht zu töten, aber, äh, das schaffen die eh nicht, nein, nein, die schaffen die das, aber, keine Ahnung, jetzt einfach in die Richtung und schaue, ob ich ihn noch miteinander tracken kann, und ja, ich hab jetzt wieder den Lulemon-Mod drin und spiel auf der 1.7, falls euch das auffällt, denn in der 1.8 gibt es einfach diesen komischen Bug, das irgendwie ja immer Invis ist, und das einfach richtig eklig ist, das spiel ich einfach wieder auf der 1.7, und außerdem hab ich jetzt wieder auch keinen FPS-Lex mit, denn ich dachte einfach, durch die 1.7 hab ich die Lex, und auf 1.8 hab ich dann auch leckt, und keine Ahnung, und wir sind die gefixt, und ich schicke Lukas PPP, würde ich mal sagen, gehe ich mal zu dem hin, und gucke, was da so für eine Ausrüstung hat, also wenn ihr mehr Hartgegens wieder sehen wollt von mir, dann könnt ihr mir auch mal, äh, das Video positiv bewerten, weil sonst weiß ich mal nicht, wollte das hier, wollte das sehen, denn, kann auch vom letzten HG-Video hatte ich auch nur so irgendwie, keine Ahnung, 65, na, das heißt 65, 650 Aufruf, oder so, keine Ahnung, das geht nach wie aus, die Aufrufe, im Moment geht einfach richtig runter, keine Ahnung, ob das jetzt nicht mal sehen wollt, oder solche, ein paar schreibt mir das auch meine Kommentare, und hier, keine Ahnung, wo ist denn jetzt hier der Nächste, ich hab doch hier grad so einen Lukas-Typen getrackt, der Typ ist eh nicht, so, wusste ich, vielleicht wieder X-Blackjack, ich möchte auch den Anlass tracken, vielleicht bin ich hier ganz am spawnen, ah, jetzt wirklich wen gut, oh, da sind sie ja, hallo, meine Lieben, Freunde, wie geht's euch, ich will ein Radiator, komm, eine möchte Radiator, bitte, eine, eine nur, bitte werde ich nur einen Gladiatorin, einen möchte ich Gladiatoren, da hinten Schuh ist ein Yosemi, wird das auch noch ein anderer, ist, okay, der hat gleich Eisen, okay, juckt den nicht, ich will sein Eisen haben, ja, was soll mich mal schlagen, ich will den Gladiatorin, jetzt, bam, bam, so mein Freund, was, ist er sich ausgelockt, what the fuck, ist er nicht kommen mitlogged, was ist das denn, bitte, ist er sich kommen mitlogged, und was ist denn hier los mit dem User-Me-Untertrich-Schmiede und sein Team decken sich jetzt gerade auch, alter, so, und hoffentlich, jetzt kann ich töten, den Yosemi, was gab es jetzt der richtige, Yosemi ist aber eh nicht, würde ich nicht sagen, aha, komm, komm schon, okay, den ersten H, vielleicht, keine Ahnung, ah, check ihn nice, my cooking, my cooking, my cooking, was der Löst ist, bei den Boys, oh, hier ist er, nice, hallo, sorry, ich tue es mit nicht, ich tue es mit dir nicht, es tut mir leid, komm, schlag mich doch mal ein paar Mal, bin ich doch nur Gladiatorin, schlag mich ein paar Mal, ich möchte dich Gladiatorin, sorry, fürs Töten, vielleicht wieder Blackjack, ach man, tut mir leid, dass ich es jetzt siehst, oder was auch immer, dass ich getötet habe, ich habe keinen Lust mit noch mehr Leuten zu tschüßen, jetzt ist der letzte, wenn da Full Island hat oder was auch immer, werde ich einfach versuchen zu Gladiatorin, äh, die ja mal gucken, was dann daraus wird, hey. Richtig Angst vor dem, ich töte ihn, oh, Rebound haben ihn nicht, getorben ist er, viel Spaß, glack, 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 so, gucken, wer wird eh sterben. Ich gehe so Mommy, Baby, Du bist du und ich nehme mit noch mehr keen, ich habe mich gefangenezet, incorporated YouTube mit die dass du zumalschst, dass ihr schon is, Richtig postet. Ich binkraft, ich weiß, gigantisch, wie overlay zu vielleicht 33 oder was deine転nen Vor neu navigieren kann ich aber auch, bis zumalschstet und man mit k Сп追 even Mitательstern ver raos yaş praret wird, ich habe пере drastete, werfeFuneral Ontario gar nicht schon an, Doube sowas zumalschst, aber von Manh? Ja wäre zumal so viel zu viel Visa flasdern千 Sorry. Sorry, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unfair, aber okay. Keine Ahnung. Was ist dieser Blackjack? Okay. Go. Let's go. To the party. Let's go to the party. Nice. GG. Okay. Und ja, würde ich sagen, was das soll der... Cool. Ich hab einfach so einen Kennenbrudings hochgeschossen. Egal auf jeden Fall, würde ich sagen, was ist jetzt von der Runde Hardcast Games. Hoffentlich hat's euch gefallen. Wenn's euch gefallen, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und ja, wie gesagt, ich will mal gucken, wie aktiv ihr noch seid und was auch immer. Das ist einfach mal eine positive Wertung. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, schreiben noch, ob ihr noch mehr Hardcast Games sehen wollt. Oder ob ihr vielleicht wieder mal Mad Wars oder Survival Games oder einen anderen Spielmodus sehen wollt. Schreiben das mal in die Kommentare. Und ja, würde ich sagen, tschau, bis zum nächsten Mal und bye.